Meine Freunde, es ist wieder soweit. Kollegah, einfach auf die Fresse, featuring Farid Bang und San Diego. Für mich die Reiter, die Horseman, da fehlt noch Asche. Ich finde, Asche könnte sich mit Sunny und hier und da und... Für mich wären das wirklich die vier apokalyptischen Reiter. Four Horseman wäre so geil. Kolle, Farid, Asche, Sunny, ein Album. Bang, würde richtig reinhauen. Also das wäre mein Wunsch, aber gut, wer bin ich? Ich wollte nur sagen, apropos San Diego. Habt ihr die Instagram-Story von Daniel Slotin gesehen? Ihr dreht Videos, wir machen Filme 2.0. Das letzte Mal, als er den Hashtag gepostet hat, war mit San Diego. Merkt euch den ersten, dritten. Ich bin ziemlich sicher, San Diego droppt an diesem Freitag. Das sagt der Metalhead, ja. Das ist meine, das ist die Prediction von Energizer. Kannst es klippen, kannst es wirklich snippen oder so, wie auch immer. Kannst das Ding rippen. Erster, dritter, droppt Sunny. So, ist meine Meinung nach. Und dann ist nur die Frage, wie schnell werde ich uploaden? Aber so viel dazu. Ich habe da wirklich Bock drauf. Und Freunde, wenn euch der Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da, lasst mir doch gerne ein Like da. Schaffen wir die 20.000 Abos heute. Heute habe ich nochmal um 19 Uhr auf Twitch einen Livestream. Wenn du Bock hast, kommt auch gerne vorbei. Es wird richtig episch, ja. Und ich habe so Bock. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, Leute, in den Song. Let's go. Una Pelicula. Bäh. Oh. Wer kommt in deine Stadt? Der eiserne Thronkönig. Feitsche der Sturmpöen. Kreische der Hurensöhne. Sie fragen, Boss, was hältst du so? Von diesem T zum Low. Ich sag mal so, die Herkunft sagt schon alles. It's the Ho. Bitte sagt mir, dass T Low aus It's the Ho kommt. Das wäre die krasseste Line, glaube ich, die ich jemals gehört habe. Also im Sinne von voll lustig. Weil wenn er wirklich, also wenn er einfach nur aus dem Norden kommt, dann wäre es ja schon funny. Aber wenn er wirklich aus It's the Ho kommt, dann fände ich It's the Ho. T Low fände ich schon richtig krass. Allein vom Reimschirmata oder so. Aber wow, Comicfiguren. Ich dachte an alle World of Warcraft-Spieler. Bis du da draußen kannst du relaten, was waren das? Burning Crusade, so das erste Anon. Erinnert mich so ein bisschen an das erste Gebiet. Also auch hier, ich finde das so krass, was ist mit seiner Stimme los? Die Betonung finde ich so krass. Er ist so irgendwie so, ich weiß nicht, ob das so geforscht ist, aber er hat auf jeden Fall Druck. Und er zieht es, die Vokale teilweise so ein bisschen länger als sonst. Kann das sein? Auf jeden Fall ziemlich, oh ey. Also es hört sich so an, als ob Kolle gerade beim Trainieren war und so nach einem Stunden, nach einem Chest-Workout irgendwie sowas einrappt. Also irgendwie ist das mehr nach vorne als sonst für mich persönlich oder keine Ahnung. Aber die Stimme von Kolle ist jetzt ziemlich interessant. An wie mehr in allen Welt, so Multiversen und Welten. Ah, schön, 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 schön. Also, boah, das ist auch hier wieder, ne? Brauchst du wirklich erstmal wieder Notizblocken, musst du die ganzen Lines nochmal hier runterschreiben. Also ich bin mir sicher, dass auf dem ganzen Song Lines drin sind, Banger drin sind, die ich jetzt nicht beim ersten Mal checken werde. Deswegen entspannt euch, aber schreibt mir doch mal gerne deine Favorite-Line von diesem Track in die Comments. Das würde mich mal interessieren. Aber ganz ehrlich, die T-Low-Line mit It's a Ho ist schon richtig nice. Oh. Oh. Sunny. Krass, also erstens mal hier, die Hook finde ich geil, dass er hier dann einfach, guck mal, hier ist der Cartoon auch noch schön zensiert, so den Mund. Gut, also erstens mal, Video ist ziemlich, ziemlich lustig gemacht hier in diesem Comic-Stil, im Comic-Format. Dann die, wie gesagt, Collis-Part war geil, definitiv. Der Einstieg auch noch so mit T-Low und It's a Ho und dann hier iced out, kühlt den Kreislauf. Das ist schon ziemlich geil. Also da waren wirklich ein paar Bars dabei, da dachte ich mir so, oh, 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 der Boss ist wieder hier am Start. Epische Lines. Ich bin jetzt auf den Part von Sunny gespannt, wenn das jetzt hier, wenn er jetzt hier reinkommt nach der Hook. Aber auch mit diesem, wie willst du ein Beat, einfach auf die Fresse. Das ist das, was ich ja auch oftmals gesagt habe, was manchmal auch so schön ist. Einfach so dieses Kompromisslose nach vorne. Ich sage, seit JBG sage ich das immer und ständig. Ja, Rap ist für mich Entertainment. Dann kann es auch mal einfach so ein bisschen straight up sein, ein bisschen fast forward, einfach so direkter. Und gar nicht so viel Schnörkel hier links und rechts und so, das brauche ich gar nicht. Also es gibt Deeper Tracks, es gibt auch irgendwie nachdenkliche Tracks. Es gibt, also Deeper Tracks, es gibt irgendwie so um die Ecke, es gibt halt irgendwie auf die Fresse, es gibt halt so viele mögliche Varianten, irgendwie was zu übertragen und ja, durch den Ether zu pushen und so. Und dann beim Hörer, bei mir, wenn ich das mit meinen Ohrmuscheln dann so ankomme, dann denke ich mir so, oh, krass, krass. Also ich freue mich einfach über vielschichtigen, vielseitigen Rap und so. Und das ist bei Metal ja genauso, weißt du? Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, wenn du mich fragen würdest, ja, sag mir mal die Band oder die Richtung, komm drauf an, so auf die Stimmung, ne? Und da ist die Stimmung auf jeden Fall auf die Fräse. Auf die Fräse, einfach auf die Fräse. Das wird ein neuer Cold Case, wie mein Nuren-Tresor. Dort und Brothers, guck, wir kommen zu viert, ruft deine Hintermänner. Und ein Squad geht auf die Knie, wie im Fitnesscenter. Mafia-G's wie Napoli, Brabus, Jeep, Elager, Suite. Ich werde wegen Narcos-Deals abgehört, wie eine Sprachnotiz. Straf, hier ist die Zucht, Tartmotiv, Ladung, Speed in der Prada-Jeans. Phantom, der Opa-Musical hat er auch noch mit reingenommen. Ey, das ist krass. Ich finde Sonny, dem ist dein Style, auch noch mit der Musik im Hintergrund, finde ich extrem fresh und super entspannt. Ey, ich bin so gespannt, wann von ihm was Neues kommt. Ich sage ja am Freitag, er ist der Tritt, aber gut, wer bin ich? Ich bin nur ein alter Metal-Head. Ich füge nur so die Puzzleteile zusammen und denke so, safe kommt da was. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Banger. Das ist wirklich ein Banger. Das ist so nice. Krass. Ey, die Iced Outline, bevor ihr ins Fahrrad kommt, die Iced Outline ist wirklich nice. Und weißt du, was auch richtig geil Iced Out kommt, Freunde? Mein Holy. Wisst ihr, Kanalpartner, Holy hilft mir. Das heißt, wenn du Bock auf Iced-Dehydration oder Energy hast, ich habe hier den Strawberry Shark drin. Weil ganz ehrlich, wenn nichts mehr hilft, ja, wenn wirklich Andi echt ein bisschen kaputt ist und muss hochkommen, dann ist Strawberry Shark, schmeckt wie Flutschfänger für mich persönlich, ist wirklich ziemlich geil. Und den trinke ich auch immer auf Eis. Immer. Es ist wirklich geil. Also ohne Witz, Strawberry Shark ist mein All-Time-Favorite. Der bangt auf jeden Fall. Wenn du es auch mal probieren willst oder ich einfach mal durchsamplen will, welche Geschmäcker dir vielleicht gefallen, ja. Ist wirklich super viel am Start so. Check mal den Link unten in der Description, da kannst du ein bisschen sparen. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal an Holy. Holy, vielen Dank an euch, das hilft wirklich dem Channel. Ihr supportet mich, ihr kriegt da auch noch ein bisschen Goodie obendrauf, das ist schon heiß und es ist wirklich so fresh. Und fresh wird es mir auch gerade. Ich hoffe, dass es mir jetzt aber heiß wird, wenn ich ihr Fahrrad höre. Fresse, einfach auf die Fresse. Du weißt, dass du mein Face nicht auf einem Tinder-Profil, sondern vielmehr auf der Seite von Interpol siehst. Niklopolis, meine Attitude. Rapper werden hochgenommen wie Ali Ups. Ich habe Rap im Blut und Testosteron. Zahlenlüge nicht. Playlisten schon. Oh, war das hier der Echo-Incident? War das hier so eine Anspielung auf einen Echo-Incident? Das denke ich mir jetzt gerade dabei. Ist so geil, ne? Zahlenlüge nicht. Playlisten schon. Oh, ja. Da könnte schon was dran sein, auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in der Industry da auf jeden Fall heiß hoch geht. Hoch zu Ross heiß her geht. Damn it. Aber ey, der Song ist hier super charged. Der ist richtig super charged. Ich finde es cool. Also mir macht es wirklich Spaß dazu zu hören. Ich finde ja immer noch, die drei passen mega gut zusammen. Die Rappen, doch verdienen kein Geld dabei und bringen Softdrinks raus, als würden sie Kellner sein. Ihr verkauft keine Boxen, euer Mörchi-Schrott. Deutscher Rap ist Balkan, Melody und Türkenfob. Tilo. Ich frage mich, wer so ne Scheiß hört und blick nicht durch wie bei den Scheiben im Polizeiverhör. Ohne eine Wörst zu kennen, weiß ich, du bist direkt. Du siehst die Straße in mir, als sah ich Google Maps. Ich überfiel den Young-Huren später am Abend. Doch trotzdem werd ich niemals deine Datejust tragen. Ja, ja. Immer heiß da, denn das kühlt den Kreislauf. Keine weiße Weste, aber weiß ist in der Weste. Wie willst du den Beat haben? Einfach auf die Fresse. Und wie rapsst du drauf? Ja, einfach auf die Fresse. Ich schrieb ein paar Lines auf, nahm sie mit nem Mic auf. Zack, war ich der Beste und die Neider wollten testen. Was hast du gemacht? Bruder, einfach auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Einfach auf die Fresse. Also ganz ehrlich, wirklich ein Banger. Für mich persönlich richtig geil. Free Spirit, das hab ich noch nicht gehört. Glaube ich, oder? Ne. Wende von Free Spirit war. Okay, okay. Hat mir das wirklich sehr, sehr gut gefallen, Freunde. Oh mein Gott. Ich fand's wirklich cool. Unaufgeregter Art und Weise. Also ich bin wirklich gespannt, was mich da noch erwarten wird. Leute, hau mir doch gerne ein Abo raus. Ja, wir feiern vielleicht bald die 20.000. Ich bin so aufgeregt. Ich bin wirklich hyped. Ich bin so hyped. Ey Squad, ich bin raus. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Euer Andi. Bang, bang.